Ich habe ein Lied für dich, lieber Kölner Kardinal. Ich komme ja aus Bayern und ihre Fans wahrscheinlich aus Verzweiflung. Keiner nimmt dich noch für ernst, der noch Herz, Hirn und Verstand hat. Hey, bemerkst du gar nicht mehr, wer so aus der Kirche wandert? Hast du Eier? Ja, dann zeig uns endlich Einblick in die Akten. Denn jeder Missbrauch ist so feig, her die Tatsachen, die nackten. Über den Wölki reg ich mich ja schon so lange auf. Nichts passiert, er schaut wie ein Unschuldslamm und sagt, ja, was geht mich unser Zölibad an? Das ist Kirche heut und ihr Angesicht. Kardinalsfehler kennen die nicht. Übrigens, Herr Wölki, schöne Grüße auch an Ihren gehirngewaschenen Weihbischof Ansgar Puff. Nächstenliebe heißt übrigens nicht, dass ich als Geistlicher mir überlege, welchen wehrlosen Jungen ich als Nächsten liebe. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Bei mir gibt es heute Abend Priesterbürger. Super. Super. Super.